...Buginbühl und Valentin Luc, drei Athleten, die sich um den dritten direkten Finalplatz duellieren werden. Guter Start von Juar und Bellon ist ebenfalls vorne dabei. Juar gewinnt. Bellon auf Platz 2 und ein Sturz von Martin Luther King da Costa. Schmerzverzerrtes Gesicht von ihm. Ah, das tut weh, das zu hören. Ich hoffe, die Sanitäter kommen schnell auf den Platz. Es scheint ihm wirklich zu schmerzen.